recht herzlich willkommen zur 32 folge von this war of mine ja letztes mal die plündertour im krankenhaus erfolgreich in anführungsstrichen abgeschlossen leider war es ein krankenhaus das hätte nicht sein müssen aber marin musste dass schwer krank der braucht was deswegen aber wir müssen jetzt nur gucken sie ist müde ist wo sie steht da hat sehr hungrig das heißt sie ist als erstes er ist schwer krank erholt sich aber leicht verletzt erholt sich wir brauchen auf jeden fall aber erst mal jemand der hier sich um die blumen kümmert also um das gemüse und sie kann auch laufen dann haben wir kein wasser deswegen das nicht mehr aber wo kriegen wir wasser weg dass die frage wo kann ich den schnee schmelzen ok sind die vielen dinge die wir mitgebracht haben leider kein wasser und da hier gibt es auch nichts zum schmelzen vom wasser da fehlt nur feuerholz aber das lassen wir bruno machen mal bruno der spezialist dafür ist fürs kochen jetzt war nicht gerade zwei bruno das kann ausrufen da würden sie irgendwie verantwortlich ja genau wo da kommt ein händler cool natürlich jetzt sehr müde der bruno war verzweifelt und unsere situation sieht wirklich düster aus und herstellen katja kann ja gut falschen deswegen gibt es da auch gleich hin und kümmert sich was brauchen wir wasser wasser filter holz zahnräder hm gewöhnliches zeug zahnräder sehr gewöhnliches zeug alles für ihn gewöhnlich zahnräder ne meine tabletten kristin ich Was brauchen wir denn nicht? Okay, da können wir uns schon mal einigen. Das ist doch schon mal schön. Das reicht nicht. Achso. Nein, das ist nur einer zu viel. Zwei gingen nicht, ne? Nein. Wird da noch einer? Aber auch nur einer. Aber, das werden wir gleich schon mal handeln. So, das Wasser haben wir. Feuerholz wäre natürlich dann auch nicht schlecht. Vier mal. Oh, da können wir uns auch schon einigen. Da können wir uns nicht einigen. Aber da können wir uns schon einigen. Das geht nicht. Aber das geht noch. Einer. Machen wir auch. Nochmal gucken. Ich würde jetzt fast sagen, wir gucken mal, was wir für so eine Dose kriegen. Das reicht nicht. Da können wir uns einigen. Tabletten und zwei für das und das. Ich glaube, das machen wir auch. So, weiter geht's. Dietrich wäre bestimmt sicherlich interessant, aber... Hm. Nehmen wir mal mehr. Da können wir uns einigen. Das reicht nicht. Da können wir uns einigen. Ich glaube, das machen wir. Oder? Gemüse dauert so lange, bis wir das herstellen können. Ne, machen wir doch nicht. Machen wir das mit der Hinsicht gar nicht. Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Geht noch was? Ne. Aber das machen wir. Oder? Ja. Und dann nochmal. Und wir haben drei Verbände. Das ist das Gefühl nicht. Das ist ein solchen Verband. Das ist sehr großzügig. Gut, wir können uns einigen. Dann würde ich es fast so nehmen. Gut. Katja geht erstmal nach hier unten, weil die ist... Ne, die ist ja nur müde. Dann ist Bruno wahrscheinlich sehr müde, ne? Ja. Katja geht mal da hin. Wo kriege ich denn bitte schon das Wasser geschmolzen? In Schnee. Da nicht. Das soll sie mal herstellen. Obwohl... Kann er abbrechen? Ja. Ne, Bruno bleibt mal da. Das soll ja Katja machen. Wieso geht das? Ah, jetzt geht's auf. Aber zweimal geht leider nicht. Haben wir nicht genug mehr. Na, dann stellen wir es einmal her. Ist ja auch okay. Bruno soll schlafen. Der ist schwer krank. Er holt sich aber wohl. Bruno... Äh... Maren nimmt Tabletten. Und Bruno geht in der Zeit ins Bett. Und er hier... Ist hungrig. Geht schon mal nach da. Macht erstmal einmal den Ofen an. Und geht dann noch da oben. Was hat er noch zu sagen? Muss es wirklich das Krankenhaus sein? Genau so ist es. Er hat da auch noch was zu sagen. Ja, er war auch verzweifelt. Hat er ja selber gesagt. Er könnte ein paar gebrauchen... Bandagen gebrauchen. Ne, das machen wir noch nicht. Aber er kann mal da unten nachgucken. Und er geht wieder ins Bett. Wohl er wäre hungrig. Ne, dann geht er erst mal eine Konserve essen. Wo ist Katja? Da. Okay, jetzt ist er aber erstmal dran. Können wir nicht machen. Aber kippen können wir mal machen. Selbstgezogener Tabak. Hier kann man mal richtig... Sagt er mir... Ne, will ich jetzt nicht machen. Oder? So, die Medikamente doch. Pabell macht die Medikamente. Ne, selbstgezogener Tabak. Medikamente gehen ja gar nicht, weil uns da... Was fehlt? Alkohol oder sowas? Reiner Alkohol. Ja, schade. Gut, das will ich dann nicht machen. Marin geht ins Bett. Sollte der nicht hier was essen? Ich habe da eben hingeklickt. Das war es wahrscheinlich, ne? So, wie kriege ich denn bitte schön das Wasser? Geschmolzen. Da nicht. Das ist alles nicht irgendwie jetzt das, wo ich sage, das brauchen wir, ne? Wie kriege ich bitte schön Schnee geschmolzen? Schon komisch. Geht nicht. Herstellen. Geht doch. Hungrig, leicht verletzt, traurig. Was macht Marin? Man soll ins Bett. Pabell. Geht da ein. Bruno. Liegt schon im Bett. Katja. Ist müde. Sollte eigentlich auch schlafen. Schafft sie auch nicht mehr. Das Wasser, ach, ist gar kein Schnee mehr da, deswegen vielleicht auch, naja. Man setzt den Filter noch bitte ein. Schafft es noch? Wollen wir hoffen. Oh, hungrig sind jetzt ein paar. Müssen wir gleich gucken, ob wir das hinkriegen. Okay, der Filter hat noch geklappt. Der Wasserfilter. So. Der schläft im Bett. Hungrig, leicht verletzt und traurig. Hört sich so ein bisschen nach Plündern an. Der prämiert müde. Hört sich nach Schlafen an. Hört sich auch nach Schlafen an. Ja, das muss aber wichtiger. Einer von den beiden müsste jetzt wacher stehen. Hörig, leicht verletzt, deprimiert und müde. Traurig, müde. Wache stehen, Plündern. Ich glaube, so machen wir es. Jetzt nur die Frage, wo wir hingehen, ne? Was brauchen wir? Gute Frage, ne? Medikamente. Gibt es hier irgendwas, was neu ist? Ich sehe nichts, ne? Das ist noch nicht. 20 Prozent. Autowerkstatt. Haben wir doch besucht. Haben wir da nicht alles mitgenommen, was ging? Kleines Wohnhaus. Schule. 6 Prozent. Wenn ich meine große Menge an, da müssten wir eine Schaufel oder sowas haben. Und da sind wir schon rausgeflogen, ne? Genau. Weil wir deren Reich da betreten haben. Aufwärtspätze ist Haus. Haben wir schon ziemlich leer geplündert. Das auch. Vor vier Tagen besucht. Kirche der Kleinen Maria vor sieben Tagen besucht. Da ist noch viel los. Militärstützpunkt. Möglicher Handel. Statt Krankenhaus waren wir gerade. Reisebüro. 17 Prozent. Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente, eine große Menge Waffen, eine Menge Teile. Vorsicht ist geboten. Sie haben verwundene Gruppen, sie haben militär eine Zeit, die Stirn geboten. Nein, sie gesucht vor allem. Schauen wir mal. Mhm, sie gesucht. Äh. Die Angestellten des Reisebüros waren eine gut organisierte Gruppe, sie haben den Militär lange Zeit. Ja, toll. Da waren wir schon ordentlich. Ja, das Reisebüro haben wir noch. Vielleicht sollten wir noch mal ins Reisebüro gehen, oder? Ja, plündern und gucken, dass wir da vorsichtig vorgehen und was rausholen. Ja, gehen wir mal vorwärts. Aber das nicht hier, wo wir den befreit haben. Da unten ging gerade eine Tür. Da geht an Kühlschrank jemand dran. Müssen wir mal hochgehen. Da oben ist auch noch was. Da ist niemand. Da können wir hoch. Da gehen wir erstmal da rein. Mir tut sich jetzt gerade nix. Dann gucken wir da nochmal rein. In der Hoffnung, dass wir da niemanden sehen. Das sieht gut aus. Ich kann jetzt die Tür aufmachen. Psychopathen, okay. Oh, scheiße. Also da ist einer. Das heißt, da gehen wir mal nicht lang. Gucken wir mal, wie wir runterkommen wieder. Einen anderen Weg suchen. Da hinten ist jemand. Da hinten ist jemand. Da unten geht auch jemand durch. Das heißt, das ist ein schlechtes, schlechter Weg. Da haben wir mal geschaut. Meine Beine sind taub. Ich sollte etwas essen. Der ist da durchgegangen. Und geht jetzt hoch. Ist hier irgendwas? Leider nicht. Widerlich, sagt er. Okay. Warum? Keine Ahnung. Jetzt setzt er sich da hin. Der steht da. Macht nix. Wann wird es enden? Der geht da oben lang. Der geht ins Bett. Wo ist das Bett? Mal sehen Sie es hochgehen. Aber ich komme hier nicht vorbei, ohne dass die mich sehen. Schäppig. Obwohl. Vielleicht doch. Da oben ist einer auf der Treppe. Kann der mich sehen? Gute Frage, ne? Ich bring dich um. Okay. Alarm. Die laufen alle hoch. Das heißt, ich laufe jetzt hier hin. Scheiße, die Tür ist nicht offen. Alles nehmen. Suchen. Alles nehmen. Alles nehmen. Sieht mich einer? Nicht. Suchen. Wo geht der hin? Keine Ahnung. Schauen wir einmal raus. Wahrscheinlich kommen wir da raus. Oh, das machen wir gerade mal schnell besser. Und tschüss. Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Lieber bisschen. Gut. Tschüss. bin. Vielen Dank.